hey ho leute willkommen zu einer neuen folge let's play minecraft nostalgie ich habe tatsächlich ein wenig offscreen gearbeitet und ich habe jetzt auch eine andere spitzhacke noch hier eine zweite die ich mir gemacht habe und leute alle kisten voll ich habe so viel stein und 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 dreck gefahren leute es gibt es gar nicht ich muss erst mal eine neue kiste mal weil ich sonst gar nichts mehr hier irgendwo rein kriege geschwecken die die kiste selber ja wohin damit das ist eine gute frage ich muss jetzt aber ich werde auch sowieso demnächst umziehen ich bleibe ja nicht hier raus ist ja so gut wie fährt aber ich muss mal kurz hier so ein paar sachen weglegen so gravel brauchen wir noch das brauchen wir noch noch mal einfach so muss ja nicht alles behalten die spitzhacke muss sich verbinden mit dem anderen aber ich habe das jetzt auch gerade ich habe keinen entweder so gut dann schaue ich mal wieso fange ich eigentlich immer hier so und zwar habe ich hier zeigen und zwar ist ganz schön kompliziert runter zu kommen ich habe jetzt hier vorne endlich bis dahin wo ich jetzt okay bis ich weg vergiss es ich habe jetzt hier den halben berg weg gemacht also bis wohin die mauer gehen muss und dahinter muss glaube ich gar nichts mehr weg hier kommt ja die dings farm rein die mob farm in den berg und ja also ich würde mich gerne hier jetzt mal gucken sekunde ok ich glaube soweit passt das schon ich muss tatsächlich mal irgendwie umziehen ich weiß gar nicht so recht ja also hier muss noch eine tür rein vielleicht können mal kurz eine tür machen ja und vielleicht den gang und in den in den keller so tue ich jetzt hier die die tür rein wenn nämlich hier schon eine kleine referenz das lasse ich es mal ganz kurz wegen ja ich muss ja noch irgendwie in meine kleine hütte darum kommen ich wollte eigentlich genau ich wollte hier mal schauen ich glaube da muss nur einer frei oben drüber nein ich gravi ja das ist das ist klar hier mit der mit der wand hier also da wollte ich noch mal schauen ich glaube ich muss das nämlich weiter ich übersetzen die wand gut dass ich da jetzt genug stein habe mir nie wieder irgendwie passieren so tja mhm theoretisch müsste ich hier auch weiter aber ich lasse es jetzt so so ich würde mal so fuck ja gehen wir aus dem weg mal kurz so machen gucken wie hoch das hier ist und dann mal schauen wie es hier ist also ja stimmt den keller vielleicht können den keller heute ausbauen da muss ich tatsächlich glaube ich noch mal kurz rein nutzen vielleicht und zu gucken wie weit ich runter muss das weiß ich nämlich jetzt gar nicht komme ich das bild dazu habe und ich habe tatsächlich stufen gut dann machen wir mal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 also das wird noch eine arbeit ich hoffe dahinter ist der hohlraum wenn ich wird das sowas von viel arbeit werden so jetzt muss man hier kurz gucken das muss ich schon weg so oh mein gudnis das wird noch so viel arbeit werden leute aber ich glaube das mache ich dann lieber auf screen ich wollte mal kurz markieren wo ich hier jetzt was weg machen muss ich weiß auch gar nicht mal wie tief ich hier graben muss es muss hier erst mal den boden rein ich habe zum glück holster vielleicht auch schon mal in eine andere hier in die richtung ich glaubt sogar dass es hier unten auch gemacht wurde äh fackeln haben wir nicht mehr okay dann müssen wir mal kurz welche machen ja ganz komisch leute die letzten paar tage habe ich tatsächlich immer irgendwie so werbe zeugs bekommen von wegen ich habe heute 1000 abonnieren erreicht wenn ihr mich abonnieren es wäre schön dass ich mein ziel erreiche bla 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 und dann immer auch nur irgendwelche amis die schreiben ja cooler channel und so war ja ich weiß auch nicht der mein mein video nicht mal geschaut muss ich das hier drüben auch abzweigen ja ist jetzt unter mir ich hoffe doch das weg glaube ich vielleicht nein auch nicht ich höre wasser es ist gut vielleicht ja ich muss das alles aus grün machen leute es dauert ja ewig wenn ich hier den ganzen keller aussehebe okay also ich werde mal glaube ich den keller so ja freilegen hier müssen wir auch noch mal schauen wie hoch das hier muss ich komme ja nicht mal irgendwie dran hier oder ne ich weiß echt nicht wie hoch das hier sein muss ob das vielleicht doch weiter runter muss und muss auf jeden fall fackeln erstmal hin so vielleicht können wir aber hier schon mal den boden und heil die klappe vielleicht kann man hier nur den steinboden reinhauen ist gummelig auf mich ne so vielleicht kann man auch den teppich verlegen you know i don't know wir haben so viel was wir machen können oh man die nerven die viecher so ja wie weit es hier rüber geht ich wieder alles mit stein ich glaube fast ja diese schaufel ist ein segen leute ein segen ja die sind hier drunter das heißt noch mal besser ausleuchten wow so gut das kühlschrank äh das hier machen wir alles später vielleicht hole ich mal kurz oder ich gehe ich traue mich echt nicht hier schlafen zu gehen ähm können wir denn hier schon mal was tun ich gucke mal ob ich Bilder habe oh ich habe tatsächlich ein paar Bilder aber das habe ich schon alles gemacht teilweise und zwar brauchen wir hier noch halbstufen ich weiß gar nicht wie weit ich hier rüber muss ähm ich stelle jetzt einfach mal ein paar Fackeln hier auf kein Bock dass irgendetwas gespawnt das wäre so fatal und dann brauchen wir noch Gravail äh ich würde mal sagen keine Ahnung wie viel also zwei auf jeden Fall so ich gucke mal ob ich noch ein paar Bilder habe Leute es tut mir leid falls ich hier heute so viel switche ich sehe hier gerade ein Bild und zwar von diesem hier okay die drei Dinger hier müssen weg ist klar so und dann noch einer hier hier und dann geht es hier hoch ich weiß echt nicht wie wir wie das hier alles großartig verlegt wird hier nicht so wirklich so erstmal Fackel ausstellen hier da hinten auch vielleicht nichts soll hier spawnen alter wie krass wäre das wenn da von oben oben droppt so ein Creeper runter jetzt kriege ich erstmal Werbung so ein Creeper runtergesprungen macht mir alles kaputt die ist auch so duster so ähm mal gucken ob ich noch mal irgendwas anderes oh ich sehe hier was da habe ich gerade was gehört ich sehe hier etwas jetzt müssen wir doch mal gucken hier so dann geht es hier so weiter und also muss ja nicht exakt so sein das kann ich wie weit ich hier rüber muss alter schieb mal mit der scheiß Werbung so ja da müssen halt so Halbstufen hin die so in so einem Viereck runtergehen das ist mega schön geworden was wir schon hier gebaut haben krass so ja den Rest mache ich jetzt einfach mal dort oder so teilweise zumindest ein bisschen wenn er nachher was noch raus muss dann dann machen wir das hier muss irgendwo halt der Tümpel anfangen ich habe keinen Plan wie weit das hier geht und Leute es ist nicht so einfach wie es aussieht ähm guck ich hier mal ein paar Bilder habe oh okay da sehe ich zumindest das Fackeln hier vorne vielleicht kann ich die mal richtig verteilen mal gucken was ich da äh 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 irgendwo hier 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 das geht weg wie viel haben wir denn der Abstand drei ne eins zwei drei eins zwei drei oder so ne jetzt sind ja nur zwei Abstand Leute zwei Abstand okay dann gehört das hier rüber eins zwei eins zwei bam eins bam eins zwei bam so sieht es irgendwie ein bisschen besser aus die Fackeln hier ein sollen zack so und dann müsste ich nämlich hier äh und zwar ein zwei ich glaube hier jetzt wieder hier rein ungefähr bis hier das kann ich mir fast nicht vorstellen das wird gar nicht hinkommen irgendwie aber gut da brauchen wir dann ein Bild von dem ähm von dem schönen Schaufenster oh oh was sehe ich da was sehe ich denn da hinten in der Ecke was also erschreckt mich so äh hier muss glaube ich auf jeden Fall da drin machen wir einfach so dann brauche ich Holz habe ich und das so ich glaube ja da drauf kommen dann die Halbstufen also wie weit wird das hier gezogen das wird ja ewig weit gezogen okay vielleicht können wir da mal irgendwie gucken wie weit das ist hier eben schauen ähm eins zwei drei auf jeden Fall also ob der hier noch hingehört das ist eine Frage das kann ich da euch nicht beantworten gerade äh Halbstufen haben wir Halbstufen ne Weine nein die hätten wir schon mal hier drüber machen können und hier kommt Wasser rein und dann kommt hier auch Dirt ich mache das immer so vermutungsmäßig hier Dirt vielleicht können wir da auch schon mal das Wasser einfüllen uch haben wir noch wenn nicht wow kein Dirt mehr gut ähm dann mache ich jetzt mal die Halbstufen beziehungsweise baue ich hier zu irgendwie baue ich überall und nirgends sorry Leute das sind so kleine Lücken die müssen jetzt mal gemacht werden ja ich glaube fast dass ich hier irgendwas passt hier von der Höhe nicht da muss oben zu ganz einfach kann ja gar nicht so schwer sein dann will ich zu kommen und wir hier zu haben damit ich weiß dass hier nichts mehr rein plumpsen kann so gut weiter weiß ich jetzt auch noch nicht ähm jetzt hier einfach ein paar Fackeln hin so das ist schon eine andere Dimension muss ich sagen cool äh wollten einen Halbstuft machen ich hoffe man dass hier kein Creep oder so ist wow voll das creepy Geräusch und ich sage so ok let's go äh lass mich raus so jetzt muss ich mal gucken hier wahrscheinlich so wo kommt das hier rüber cool jetzt brauche ich nur noch Wasser mit einem Heimer und hier muss alles gefüllt werden irgendwie mit Dirt wahrscheinlich aber Leute ich guck mal kurz was mein Teil was die Aufnahme sagt 20 Minuten äh ja dann gehen wir mal ganz kurz ins Bett und füllen dann noch das Wasser auf so nimm gleich noch ein bisschen Dreck mit und so Wasser 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 äh das gebe ich hier wieder einmal ja Wassereimer haben wir auch irgendwo Wasser ich weiß ich will oh nee was willst du denn Dude ok den werde ich jetzt einfach mal weglocken müssen Sir kommen sie bitte hier rüber hier rüber kommen bitte na danke schön muss ich mit oh nein in a minute komm Mister sie können ja auch reinspringen das ist kein Problem ok das war's dankeschön oh nein jetzt muss ich nochmal laufen jetzt ne zuerst hatte ich so voll die probleme mit Dirt und jetzt jetzt äh ja habe ich genug und genug so jetzt muss ich gleich nochmal laufen um eine invisible Quelle zu machen und so aber ich mach glaube ich hier tatsächlich Stein rein so einmal hier und jetzt nochmal einmal bitte Wasser holen hui kann ich gleich mal gucken oder abchecken wie safe mein Haus jetzt mittlerweile ist vielleicht kann ich da tatsächlich schon einziehen ok Front Tür müsste vielleicht tatsächlich erstmal provisorisch mit einer normalen Tür ähm also meine Stimme also klar alles klar ähm vielleicht ist wir auch provisorisch mit einer anderen Tür also mit einer normalen Tür versiegelt werden da müssen wir gleich mal schauen und sonst ist eigentlich alles safe so oh Gott nein 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 hier fließt doch alles wieder raus ich hab nicht dran gedacht sagt mir doch einmal äh ja warte mal wo haben wir denn hier einen Block danach provisorisch jetzt einfach so einfach mal so tatsächlich weiß ich hier jetzt aber auch gerade nicht äh wo hier noch wie weit der Dirt hier geht hier müssen irgendwo entweder muss ich noch einen weiter oder hier müssen Stufen hin ich hab keinen Plan mal erst mal so ein bisschen Dirt hier hin so und das Wasser nicht vergessen hopp so äh so nice hätten wir das schon mal vielleicht können wir hier auch die Fackel drauf machen so so dann wollen wir mal gucken wie sicher der Place überhaupt ist kann von hier aus irgendwas hoch äh nö 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 kannst du nicht das dann muss ich auch jetzt mal schauen und dran arbeiten hier die Tür ist zu hier ist die Tür zu hier kann nichts mehr reinkommen also da kommt ich so ein generale brauche ich eigentlich auch nicht mehr ne könnte ich eigentlich abreißen weil hier könnte tatsächlich noch was reinkommen oder wir machen so da kommt nichts mehr rein gut ähm ja die improvisierte Tür kann man mal kurz machen so gut sonst ist ja auch nichts drin oder so hier oben da müssen alter ist doch noch noch ein ganzes Stück zu tun du ähm wie sie es chillt immer noch da oben ja von hier aus kann auch nichts reinkommen jetzt müssen wir mal hier schauen oh ne hier ist auch zu müssen eigentlich von innen rein Mensch das geht auch nicht so mal schauen hier ist oh hier muss ganz dringend äh Glas rein zumindest halbwegs so jetzt kann hier auch nichts mehr rein aber ich kann auch zumbauen so so ist denn hier ein Holzstück in der Mähne so ähm die können wir auch zubauen so hier die Treppe ist gesichert da dürfte echt überhaupt nichts passieren da kommt äh so ein holl so ein Stein nee Stahl geht da hin sonst hier ist alles safe Leute ich glaube wir können einziehen hätte ich nicht gedacht äh ja okay von hier aus kann natürlich alles mögliche in dieses in auf dieses Haus springen äh Alter das ist schon eine Dimension muss ich sagen ich komme da gerade nicht drauf klar ähm aber sonst gut ausgeleuchtet alles hier kommt auch keine rein das ist so so einfach abgeschnitten hier äh ja sonst sind wir ganz gut dabei muss ich sagen wir sind jetzt bei Folge 11 glaube ich ja um ja für 11 Folgen kann man sie weniger beschweren so jetzt muss man hier ja wie das hier alles gebaut wird äh muss ich auch nochmal alles schauen und hier die Etage würde ich auch gerne drauf nehmen aber ich muss hier alles nochmal nachmessen bevor ich aufnehme und von hier aus läuft man ja entweder hier runter oder hier ist so glaube ich der Tower da es kommt noch eine Mobfarm hin aber sonst haben wir soweit äh ja haben wir soweit fertig fast den Garten Innenhof Innenhof so nicht den Garten ist ja ja ist ein Garten Innenhof so es wird ja alles noch schön grün hier ja ich würde mal sagen das war es von der Folge vielen Dank fürs Zuschauen ich habe es euch gefallen und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal ciao ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal